Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein weiteres Review und zwar zu dem Film Vivarium. Und los geht's an dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute mal ein Review zu einem sehr merkwürdigen Film. Ich hatte erstmal nur einen Trailer gesehen und da hat der Trailer mich verdammt heiß auf diesen Film gemacht. Ich bin ja immer so ein bisschen Freund von so Filmen, die ein bisschen anders sind, was Besonderes haben und das hat mir dieser Trailer versprochen. Ja, Film auch gut besetzt hier mit Jesse Eisenberg, den ich ja wirklich sehr, sehr gerne sehe. Ja, den haben wir im Morgen Potes, genau so wird es ja ausgesprochen, ja, die dort einen, ja, eigentlich die Hauptrolle mitspielen mit dem Kind oder mit dem, ja, das habe ich schon ein bisschen vorgegriffen. Ja, man könnte fast dann meinen, es ist ein Kammerspiel eigentlich. Aber worum geht's denn eigentlich in diesem Film? Ja, in Vivarium geht's einfach darum, dass hier Jesse Eisenberg und die Immer Potes, also Tom und Gemma, wie sie in dem Film heißen, ja, junges, verliebtes Ehepaar oder Ehepaar, verheiratet sind es ja gar nicht, ja, junges, verliebtes Pärchen, die auf der Suche nach einer eigenen Wohnung, schrägstrich eigenem Haus sind, ja, kommen dann zu so einer Agentur, so einem Makler, der halt, ja, so eine, wie sagt man, so eine Vorstadtwohnsiedlung anbietet und sagt, Mensch, kommt mit, wir schauen uns das gleich mal an. Ja, der Typ macht schon mal gleich so einen komischen Eindruck, also spricht ein bisschen merkwürdig. Ja, dann kommen sie dort an, es ist halt sehr merkwürdig, sieht alles gleich aus, jedes Haus hat die gleiche Farbe, alles ist identisch, ja, das Haus ist schon möbliert und er zeigt ihnen halt alles und stellt, ja, ist sehr merkwürdig der Typ. Und plötzlich ist er weg, die beiden sind alleine da, decken sich nichts weiter, wollen, ja, mit ihrem Auto wieder abhauen, aber sie kommen dort nicht mehr raus, sie kommen aus dieser Siedlung, sie landen immer wieder bei ihrem Haus. Tja, irgendwann ist der Sprit alle, sie versuchen nicht dann zu Fuß, aber sie kommen immer wieder bei ihrem Haus der Nummer 9 an und plötzlich haben sie ein Paket vor der Tür zu stehen, wo drin ist ein Kind und draufsteht, wenn sie das großziehen, sind sie frei. Ja, und dann geht die ganze Sache los. Ja, mehr will ich zu der Story gar nicht sagen. Ja, vorweg, sehr gute Geschichte, also die hat mich wirklich, ja, wenn man den Trailer sieht, sehr, sehr neugierig gemacht. Ähm, der Film hat auch einen sehr, sehr guten Einstieg, fängt sehr gut an, wie gesagt, zwei sehr gute Schauspieler, äh, auch mit diesem Haus. Das sieht jetzt alles sehr billig aus und sehr künstlich, äh, künstlich, ja, künstlich, sagen wir es mal so. Aber ich denke mal, das ist so ein Effekt, das war so gewollt, ja, dass die Siedlung, das ist alles so, äh, ich denke mal nicht, dass es am Budget lag, sondern ich denke mal, mir kam es vor, ob es so gewollt ist, dass dieser, dieser Kunstlook, äh, so, so als Stilmittel galt. Das fand ich auch alles wirklich sehr, sehr gut. Auch wie gesagt, der Einstieg dann mit der, mit dem Kind, dass sie dann dort das großziehen, das Kind wird dann auch sehr, sehr schnell groß, also es ist nicht so, äh, wie ein wirkliches Baby, sag ich jetzt mal, dass das, also, es geht dort alles, es wird sehr schnell groß, sagen wir es mal so. Ähm, ja, sie sind dann wirklich auch abgenervt und, und geben dem Kind nicht mal einen Namen und, und, und ziehen es einfach nur so groß und, und, und entfremden sich halt auch selber voneinander ein Stück weit. So ist das alles wirklich eine sehr, sehr coole Gesellschaftskritik, so ein bisschen, was mir aufgefallen ist, äh, dass, ja, äh, ja, wir nur da sind, so Kinder großziehen und, und, und uns anpassen halt, äh, das, ich, ich vermute, dass das der, also, dass mir das der Film sagen wollte, äh, aber die zweite Hälfte nachher, finde ich, nimmt für mich so einen Weg, äh, wo ich es nicht mehr so gut fand. Ich weiß nicht, das war nachher alles zu wirr so ein bisschen, also, schlägt eine Richtung ein, ich will jetzt hier, wie gesagt, nicht spoilern oder so, die mich persönlich einfach, ja, nicht, ja, ja, da hat der, der Film hat mich dann irgendwann verloren gehabt und ich fand ihn dann auch ein bisschen langweilig, äh, hab nur noch so nebenbei eigentlich drauf geachtet, also man hat, er hat so mein Interesse verloren einfach, weil es sich das dann doch im Niddle-Teil zu doll hinzieht und das ganze Finale und die Auflösung nachher, ähm, ja, beim Schauen ist es mir erst nicht aufgefallen, erst heute so ein bisschen des Tages, beim Überlegen ist mir dann so ein bisschen, äh, was mir der Film eigentlich sagen wollte, so aufgefallen, da fand ich dann doch wieder ein Stück besser nachher auch die Auflösung ergibt dann eigentlich wieder Sinn, aber desto trotz, ich finde, hätte man irgendwie doch noch was anderes daraus machen können, irgendwie hat mir das, wie gesagt, wir haben hier eine Gesellschaftskritik, die halt uns sagen will, ja, äh, alles ist gleich, äh, wir passen uns halt immer den Gegebenheiten an, den Kapitalismus, sag ich mal, oder, oder besser gesagt, den, den, ja, den täglichen Leben, Arbeit, Kind großziehen, äh, verwirklichen nicht mehr wirklich uns selber, entfremden uns halt untereinander dadurch, äh, das ist so, was ich daraus sehen konnte aus diesem Film, äh, aber auch erst so ein bisschen durch übernachdenken im Nachhinein, das gibt dem Film natürlich jetzt wieder eine kleine, bisschen positivere, äh, ja, Note, aber trotzdem bleibe ich bei meiner Wertung von einer 2 von 5, weil, wie gesagt, die zweite Hälfte einfach mich persönlich verloren hat, der Film geht auch gar nicht so lange, ich glaube, knapp 90 Minuten, aber trotzdem, äh, hat er mich irgendwie nachher doch mehr genervt, äh, aber vielleicht ist das so, ja, wenn ich mir jetzt wirklich die Frage jetzt weiter im Review stelle, äh, ja, irgendwie ist man ja dann auch irgendwie genervt, wenn man, glaube ich, so, wie gesagt, ich habe selber kein Kind, aber wenn man dann wirklich so diesen, diesen Trotzsein, sein, ja, eigentlich nicht sein Leben lebt, sondern eigentlich alles opfert für was anderes und dann ist das nachher irgendwann langweilig, ich weiß es nicht, ja, jetzt wird der Film doch irgendwie mehr, immer mehr interessanter, wenn ich, je mehr ich darüber nachdenke, aber nicht schlussetrotz bleibe ich bei meiner Wertung von einer 2 von 5 Tendenz, jetzt, äh, wo ich ihn nachhinein, vielleicht muss ich ihn doch nochmal ein zweites Mal gucken und dann gibt es, wird er vielleicht eine 3 von 5 oder vielleicht finde ich ihn ja noch besser, ich weiß es nicht, ich werde es vielleicht auch nie erfahren, weil ich ihn, glaube ich, nicht mehr gucken möchte, aber, wenn ihr den Film da draußen gesehen habt, könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr das so genauso gesehen habt, ob ihr deswegen vielleicht für, für euch genial ist oder, äh, sagt ihr auch, puh, ne, der war eigentlich doch nicht so prall, äh, schreibt mir das gerne in den Kommentaren, wie gesagt, bei mir, ja, ich habe es schon gesagt, ähm, ja, in diesem Sinne soll es das dann auch gewesen sein, ich will euch dann mich länger quälen, äh, ja, in diesem Sinne soll es das gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video, bis dann, ciao!